Hallo Mama, ich bin im Internet. Ich muss halt kurz was gucken. Wie extrahiere ich die Stimme? Naja, ich habe die aus dem Internet. Genau, er lädt die A Cappella runter. Ich kann es mir ganz gut zeigen. Ich habe nirgendwo die A Cappella gefunden, außer, ich weiß auch gar nicht, ob es die Originale ist. Ich glaube, das ist nicht die Originale, auch wenn es sich so anhört. Habe ich das hier noch irgendwo? Nö. Was hatte ich denn eingegeben? Ach, ist mir das auch egal. Ich hatte die von so einer Internetseite, die Songs nachmacht. Und da kann man dann so einzelne Spuren kaufen, wie zum Beispiel die A Cappella-Spur, die Gitarrenspur vom Song, die Pianospur, also als Sound. Und da ich keine Bock hatte, die zu kaufen, hatte ich einfach, weil da gibt es so ein Demostück, das kann man sich halt anhören. Und da habe ich mit Fraps das kurz aufgenommen und als MP3 gerendert und dann hatte ich die A Cappella. Sonst gab es die A Cappella nirgendwo im Internet, außer auf dieser Seite. Also ich habe nichts gefunden. Es würde ja eigentlich passen, wenn so wie im Originalen Song einfach im Viervierteltakt Kicksnare, Kicksnare und sowas kommt, so halt Tanzmusik. Ah, das würde ja kein Remix sein. Da muss was Spezielles kommen. Und ich muss niesen. Oh Gott. Ich mache mir einen kurz Sturmmoment. Alter, ich hätte kein Eisdier trinken sollen. So, ich habe das mal kurz hier geklont. Dankeschön, Dankeschön. Ich pitch das mal komplett runter, mal sehen, was passiert. Probieren geht, geht über das Studieren oder sowas. Ich probiere mal ein bisschen aus hier. Das ist echt doof. Achso, ich hätte noch die Möglichkeit. Soll ich das machen? Habe ich das noch? Das war die Cover-Version, ne? Scheiße. Okay, pass auf. Ich mache jetzt, ich gucke mir mal, ob ich eine Cover-Version finde. Von Dingenskirchen. Von dem Lied. Wie heißt denn das Lied nochmal? Ach, ich werde es schon finden. Singen. Wenn das mal laden würde, alles. Da ist es ja. Ein Cover, bitte. Sag mal. Was gebe ich denn da? Ja, gut. Ey, kannst du mir jetzt aufhören zu hängen? Hier, zu viel für meinen PC. Cover. Drumcover. Ich hoffe, er das Internet schafft hat. Ja, gut. Zieht jetzt ein bisschen Internet ab. Kann es sein, dass es hier überhaupt kein Cover gibt. Kein richtiges. Darauf, auf dieses Video bin ich auch übrigens auf das Lied gekommen hier. Wer das kennt, hat 6 Millionen Klicks, sollte sich mal anhören. Ganz cool. Gibt es wirklich keinen? Oh, hier, oder? Nö, doch. Ist es das Lied überhaupt? Das berührt mein Herz. Okay, wie es aussieht, gibt es echt kein beschissenes Cover. Ja, sing mir mal bitte ein Cover. Eins aber ohne Akkorde, also, ne? Du weißt schon, nur eine Stimme. Es gibt auch keine A Cappella, was alleine singt. Ja, es wird nichts. Ist es das hier, wo ich das hier hatte, wo ich das A Cappella hier hatte? Nö. Was ist das? Ja, klar. Ich bin sicher, dass es das Original A Cappella ist. Ich bin sicher, dass es das Original A Cappella ist. Ich rendere das mal jetzt hier aus. So. Muss mal wieder hochpitchen. Kann ich das hier nochmal bitte speichern? Ähm. Ne, das war richtig. Ähm. Ne, das war richtig. Zu jedem Akkord in A X3, ne? Das geht leider nicht so einfach. Ähm. Wie soll ich das denn erklären? Ich hab jetzt, wenn ich diesen einen Akkord drücke, hab ich ungefähr 1, 2, 3, 3 Akkorde, die ich drücke. Drei gleiche Akkorde, die ich drücke. Das hört sich so komisch an. Ähm. Ich kann versuchen jetzt mit... Ja, der Kanal war das. Das wäre jetzt der Akkord. Ja, das wechselt. Ja, genau. Könnte ich... Ich glaube ich weiß, was du meinst. Das hatte ich auch gerade gedacht. Ich muss auch zwei Mikro wegstellen. Das nervt langsam. Ich weiß glaube ich erst, was du meinst. Ne? Vielleicht kommen wir jetzt langsam auf die richtige Richtung hier. Dann wüsste ich, wie du gesagt hast, für jeden Akkord sind dir dann eigentlich nur drei plus den da, aber das ist ja der hier. Ja, extrahieren. Äh, nicht extrahieren, importieren, was auch immer. Oder exportieren, so. Dann haben wir das H. Dann müsste ich mal Jans Jules alles exportieren, ja. Ups. Ich höre mal ganz kurz durch. Ich höre mal ganz kurz. Äh, ne, ich lass mal oben hier den Ding. Pass auf, ich hab ne D. Um das noch ein bisschen zu verstärken, D. Äh, was ist denn? Ach komm, weißt du, soll ich das machen, was soll ich es machen, was ist das hier nochmal? Das dauert jetzt ein bisschen, da hat es sehr viel Zones, sehr schöne Drops. Das dauert jetzt ein bisschen, da hat es sehr viel Zones. Passt aber nicht zum Lied, gucken wir, dass es noch so viel Dinger gibt. Äh, Rock, würde Rock passen? Ich glaub Rock, oder? Groove. Groove. Ich glaub ich werd um, das hatte ich zwar auch gesagt um 21.30 Uhr, dass ich um 23.00 Uhr Schluss mach, mal gucken. Aber ich muss auf Clou. Dann werde ich schon wieder eine Pause machen. Nee. Dann das hier. Ja, was soll ich denn das nicht in den Abend machen? Ich hab keinen Bock schlafen zu gehen. Aber ich bin trotzdem müde. Ich hasse das. Scheiß Schule. Mmhm. Da kommen hier Standards. und das Oh, das war. Bitte was? Das hast du jetzt echt nicht im Chat geschrieben, oder? Oh Gott. Auf die Frage, was soll ich haben? Was sollst du den restlichen Abend machen? Femm. Sei zu drauf. Oh Gott. Du, es ist ein bisschen zu spät. Ich muss ein bisschen leid sein, weil meine Mutter schläft. So, also, alle, die jetzt noch zugucken möchten, machen das, denn ich werde jetzt drei Minuten Pause machen. Okay? Okay. Ich speichere mal. Pause. Dann. Folgt. Entspannte Musik für den Abend. Nein. Habe ich mal hier andere Musik? Jetzt kommt die Kack-Werbung. Jetzt kommt erst mal Werbung. Für den perfekten Morgen, tolle Nächte und den gesamten Tag. Höre mit Spotify Premium Musik auch ohne Internetverbindung. Klicke jetzt für ein Upgrade. Schön. Gut, ich werde jetzt erst mal auf Klo gehen und drei Minuten Pause. Bis gleich. So, ging ganz schnell. Warte mal kurz pinkeln. Das Lied übrigens ist gar nicht schlecht. Schönes Lied. War eine kurze Pause. Ich glaube, das ging neulich mal eine Minute lang. Musst halt nur auf der Tour. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Ähm, würde gern weitermachen. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ich höre mal von Anfang an. Boah, das wäre viel schöner, wenn ab der Stelle nur eine Person singen würde. Aber nein, wir müssen ja ausgerechnet im Chor singen. Sing it, hallelujah, sing it, hallelujah, sing it, yes, hallelujah, sing it, hallelujah, sing it, hallelujah, sing it, hallelujah, sing it, hallelujah. Sing it, hallelujah, 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 sing it, hallelujah